Wir brauchen keine Eier. Wir, wir haben Pferdeschwänze. Doch jetzt kommen die Frauen, EM-Titel 8, haben 38 Tore in der Quali gemacht. Männer stehen auf Schwalben und Schauspielereit. Zum Glück sind Mimimimimimosen bei den Frauen nicht dabei. In Frankreich geht's ab, wenn die Frauen Fußball-Party startet. Nichts, aber volle Bullen, zieht voll ab, aber haut das Ding nicht an die Latte. Was macht sie denn? Handspieler, das muss er später geben. Also wenn euch der Song genauso berührt hat wie mich, dann abonniert Wumms. Und wer spielt eurer Meinung nach den besseren Fußball? Männer oder Frauen? Und hier oben gibt's noch den Kloppsong. Und hier und hier unten die allerneuste Monsters auf Kreisklasse-Folge von Staffel 2. Die sind so süß. Ich finde die auch toll.